Die Aktienrente. Wird das unsere Renten endlich retten und dich nachts langfristig besser schlafen lassen? Oder wird das am Ende genauso eine Katastrophe wie die Riester-Rente? Vor den Wahlen war ja einiges über das Großprojekt der FDP über die Aktienrente an sich zu lesen. Es sollte endlich unser umlagefinanziertes Rentensystem auf ein zusätzliches Bein stellen. Bisher war es jedoch relativ ruhig um das Projekt geworden. Doch vor wenigen Wochen haben wir ein Lebenszeichen gesehen. In diesem Video möchte ich dich bereits vorab aufklären, wie du von der Aktienrente an sich profitieren könntest. Und wie diese überhaupt ausgestaltet werden kann. Und zwischendurch und auch am Ende gibt es mal immer wieder meine persönlichen Senf dazu, um euch so ein bisschen auch mehr Detailwissen zu ermöglichen. Zunächst der Blick auf die aktuellen Informationen, die wir bisher gesehen haben. Und hier fangen wir mit dem wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums an. Der hat nämlich der Politik empfohlen, verstärkt auf eine kapitalgedeckte Rente zu setzen. Der wissenschaftliche Beirat besteht im Übrigen aus Ökonomen und ist zwar an das Finanzministerium gewissermaßen angebunden, handelt und empfiehlt jedoch unabhängig von diesem. Schauen wir uns zunächst also genau diesen Bericht an und diese Studie. Grundsätzlich schlägt der Beirat ein Modell nach schwedischem Vorbild vor. Das heißt, dass man einen staatlichen Anbieter ähnlich wie die Bundesbank schafft und installiert. Und diese neue Institution übernimmt dann die Verwaltung und die Investition von dem Kapital, was dann aufgesammelt wird. Wichtig ist es dem Beirat, dass dies genauso wie bei der Bundesbank streng von der Politik getrennt wird. Es darf niemals zu der Situation kommen, dass die Politik entscheiden kann, wohin das Kapital investiert oder das Kapital sogar zweckentfremdet wird. Und das ist auch für mich einer der wichtigsten Punkte, mit dem für mich persönlich tatsächlich der Erfolg so eines Modells steht oder auch fällt. Hätte die Politik auch nur irgendeinen Eingriff in die Entscheidung der Investitionsmöglichkeiten, kann man definitiv sagen, dass so ein Staatsfonds scheitert. Sei es, weil es unsinnige Vorgaben gibt oder eben dann Gewinne für irgendwelche politischen Projekte abgezwackt werden. Das darf auf jeden Fall und unter keinen Umständen passieren, wenn man eine potenzielle Aktienrente tatsächlich einführen will. Zunächst jetzt aber noch etwas weiter im Text. Denn an sich ist man sich bisher bei den Experten noch nicht ganz einig und noch nicht ganz sicher, ob es eine Zwang, also eine Pflicht wäre, in diesen Fonds einzuzahlen. Oder ob es nur freiwillig gestaltet werden soll. Zumindest nach dem schwedischen Modell wäre ein Pflichtbeitrag von knapp 2,5% des Gehaltes aber verpflichtend. Wenn aber so eine verpflichtende Teilnahme vorgeschrieben wäre, dann schlägt der Beirat an sich vor, dass man zumindest so eine Opt-out-Option bekommt. Aus diesem staatlichen Fonds wählt man diese Option, könnte man dann darauf basierend sich andere Privatanbieter suchen, die dann ebenfalls zertifiziert sind und auch bestimmte Vorgaben erfüllen müssen. Unter anderem, dass zum Beispiel auch die Verwaltungskosten sehr, sehr niedrig werden. Also wer sich mit ETFs auskennt, in gewisser Weise sollten diese Kosten auch tatsächlich nicht höher sein, wie bei einem ETF in der Regel anfallen. So irgendwie um die 0,3, 0,4% maximal. Die größte Überraschung war aber dann ein Kapitel am Ende des Gutachtens. Der Beirat hat nämlich hier die Diskussion eröffnet, inwieweit es vielleicht Sinn machen könnte, die Aktienrente zu teilen über eine Staatsverschuldung an sich, eine Anschubfinanzierung zu geben. Also dass man zunächst mit dem Staat dann dieser Aktienrente tatsächlich zusätzlich nochmal Schulden aufnehmen würde. Das heißt, Deutschland an sich würde etwas weiter sich verschulden und Schulden aufnehmen und der Aktienrente so einen Booster verpassen, damit diese schneller Effekte erzielen kann. Und auch wenn der Beirat hier selbst sagt, dass es noch keinen finalen Konsens unter Wissenschaftlern gibt, inwieweit das Sinn macht, kann man, nachdem man den Bericht durchgelesen hat, und ich habe hier wirklich alles durchgelesen und der ist wirklich sehr interessant. Also ich würde jedem empfehlen, diesen Bericht einfach mal grundsätzlich durchzulesen. Aber wenn man diesen Bericht durchliest, dann kommt man im Endeffekt eigentlich zu dem Entschluss, dass es in jedem Fall Sinn machen könnte, hier auf jeden Fall so eine zusätzliche Finanzierung über eine Verschuldung zu ermöglichen. Bloß vermutlich hat der Beirat an sich dann nicht ganz den Mut aufgebracht, um hier wirklich dann auch tatsächlich das Ganze zu empfehlen. Eher aus politischer Richtung nehme ich mal an. Denn richtig ausgestaltet würde es tatsächlich enorme Effekte geben. Ich persönlich bin auch zum einen definitiv pro Aktienrente und auch definitiv für eine schuldenfinanzierte Aktienrente. Wenn, und das ist die Bedingung, wenn diese richtig ausgestaltet ist. Wieso ich dafür bin, möchte ich euch aber auch jetzt nochmal ganz konkret zeigen. Zuvor aber noch ein wichtiger Hinweis. Wenn du jetzt nicht darauf warten willst, bis die Aktienrente eingeführt wird, sondern selber aktiv werden willst, selbst dein Vermögen in die eigenen Hände zu nehmen und dir noch vielleicht nicht ganz sicher bist, wo oder bei welchen Depotanbietern du das gerne machen möchtest oder bei welcher Bank, dann kann ich dir hier definitiv meinen Top Broker, den Finanzen.net Zero Broker, empfehlen. Du hast ja unter anderem die Möglichkeit für bereits 0 Euro Gebühren auf dem Handelsplatz GetEx Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Und du hast jetzt auch mittlerweile die Option bekommen, wenn du eher so der Kryptowährungstyp bist und eher ein bisschen auch vielleicht deine Rente ein bisschen auch mit Kryptowährungen beimischen willst später, dann hast du jetzt auch die Möglichkeit, Kryptowährungen direkt dann praktisch bei diesen Anbietern ebenfalls zu kaufen, zu handeln. Einfach grundsätzlich und die Auswahl ist ja auch riesig. Du solltest das auf jeden Fall schon alleine ausprobieren, weil du eine Gratis Aktie bekommst, wenn du einfach mal das Angebot ausprobierst und einfach mal testest, ob das Ganze was für dich ist. Ich persönlich kann das definitiv weiterempfehlen. Und wenn du Glück hast, bekommst du vielleicht sogar eine Apple oder eine Biontech Aktie und hättest somit auch schon mal ein Startkapital, das sich dann über die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter verzinsen könnte. Folge hierzu auch einfach dem ersten Link unter diesem Video, dann kommst du auch direkt zum Finanzen.net Zero Broker und diesem Top Angebot, wo du dir eben diese Gratis Aktie sichern kannst. Und jetzt zurück zum Video. Und fangen wir hier zunächst einmal mit dem ersten Argument an, der vielleicht so ein bisschen gegen eine schuldenfinanzierte Aktienrente sprechen könnte und auch so ein bisschen Angst schüren könnte, nämlich unsere Staatsverschuldung in Deutschland. Wir wissen, dass der deutsche Staat ja verschuldet ist und eine weitere Staatsverschuldung wäre ja verheerend für unser ganzes System und auch für uns persönlich, oder? Nun, wenn wir uns die größten Volkswirtschaften weltweit anschauen, also USA, Japan, Frankreich, Großbritannien und Italien. Ich nehme jetzt mal China und Indien außen vor, weil diese Wirtschaften an sich noch eine ganz andere Dynamik haben. Also wenn wir uns einfach nur auf die größten Industrieländer der Welt beschränken, dann sehen wir, dass Deutschland eine Schuldenquote von 69,3% hat und damit extrem gut dasteht. Bis auf Großbritannien liegen alle Länder mit ihrer Verschuldungsquote bezogen auf dem BIP über 100% und auch Großbritannien liegt nur unwesentlich drunter. Und im Falle von Japan können wir auch sehen, dass eine sehr hohe Staatsverschuldung nicht immer automatisch und zwangsläufig zu einer wirtschaftlichen Katastrophe führt. Vielmehr ist die Frage, wie sinnvoll die Schulden verwendet werden und wie diese finanziert werden. Und eins muss ich ganz klar sagen, wenn es hier alleine nur darum gehen würde, die Verschuldung hochzuschrauben, um irgendwelche Wahlgeschenke zu verteilen und sinnlos irgendwie Geld auszugeben und aus dem Fenster zu werfen, dann wäre ich definitiv ganz klar gegen eine Zunahme der Staatsverschuldung. Aber mit einer staatlich finanzierten Aktienrente würden wir das Geld ja nicht einfach ausgeben, sondern wir würden uns in der Aktienrente Assets kaufen. Das heißt, unseren Schulden würden gleichzeitig Assets gegenüberstehen. Wir würden also einige Milliarden an Schulden aufnehmen und gleichzeitig genau diese Milliarden, die wir als Schulden aufgenommen haben, wieder reinvestieren. Sowas machen ja Unternehmen an sich sehr, sehr gerne. Nur der deutsche Staat ist ja an sich kein Unternehmen, sondern er könnte jetzt erstmalig tatsächlich mal Geld aufnehmen als Kredit und sinnvoll investieren. Und langfristig könnte man davon dann tatsächlich profitieren, wenn die Wirtschaftsleistung auf der Welt weiter zunimmt. Und das wird sie meiner Ansicht nach weiterhin definitiv tun. Vielleicht sind wir ja hier in Europa wachstumsmüde geworden und vielleicht reicht uns unser Wohlstand ja vielleicht irgendwie meistens schon aktuell aus. Und die folgenden Generationen wollen gar nicht mehr erarbeiten. Das ist ja manchmal so ein bisschen die Kritik. Aber selbst wenn wir über Deutschland und über Europa hinweg schauen, mal zu den Menschen schauen nach Südostasien, nach Afrika, nach Südamerika und vielen, vielen anderen Weltregionen, dann sehen wir, dass genau dort die Menschen genau das Gleiche haben wollen wie wir. Und dadurch wäre eigentlich global gesehen das Wirtschaftswachstum weiter garantiert und könnte sich sogar noch schneller entwickeln oder wird sich wahrscheinlich sogar noch schneller entwickeln als in Deutschland. Und wenn wir dann so eine Aktienrente hätten, würden wir ja global investieren und dadurch hätten wir auch nicht dieses Risiko, dass irgendwie das Wachstum irgendwie abflachen könnte und wir hätten jetzt die Schulden. Hier jetzt aber mal ein ganz konkretes Beispiel. Im Bericht des Wissenschaftlichen Beirates steht zum Beispiel eine Verschuldung von 35 Prozent gegenüber des BIP als langfristige Verschuldung in der Aktienrente. Einfach mal als Beispiel von diesen Experten angenommen. Im Jahr 2021 hatte Deutschland ein BIP von 3,6 Billionen Euro. Würden wir davon 35 Prozent sofort in eine Aktienrente packen, müssten wir zunächst einmal neue Schulden in Höhe von 1,26 Billionen Euro aufnehmen. Danach würden wir im Übrigen eine Schuldenquote von etwa 100 Prozent gegenüber des BIP haben und würden damit aber immer noch besser dastehen als viele andere Volkswirtschaften der Welt. Wir würden aber gleichzeitig das Geld ja nicht einfach ausgeben, wie genau diese Volkswirtschaften ja oftmals machen, sondern wir würden dieses Geld investieren und hätten wie gesagt schon Assets dem gegenüberstehen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir würden 1,26 Billionen Euro aufnehmen. Aktuell zahlt der deutsche Staat für seine 30-jährigen Anleihen 1,7 Prozent. Das klingt wenig, war in den letzten Jahren aber bereits oftmals negativ. Das heißt, der deutsche Staat hätte Geld dafür bekommen, sich zu verschulden in den letzten Jahren. Nun haben wir jetzt dieses Jahr oder in der aktuellen Phase nicht mehr diesen Luxus, können aber trotzdem mal mit der aktuellen Situation das Ganze durchrechnen. Dadurch, dass wir die Staatsverschuldung dann zunächst einmal hochschrauben müssten, müssten wir auch tendenziell etwas mehr dafür zahlen als aktuell. Ja, wir zahlen müssen mit diesen 1,7 Prozent. Nehmen wir mal hier einfach an, wir würden 2 Prozent dann im Endeffekt zahlen müssen. Frankreich zahlt jetzt im Übrigen 2,6 Prozent und hat eine Staatsverschuldungsquote von über 112 Prozent. Zwei Prozent unsererseits wären hier daher meiner Meinung nach definitiv realistisch, weil mit unserer Staatsverschuldung ja im konkreten Fall harte Assets demgegenüber gekauft werden würden, die dann ihrerseits langfristig dazu führen würden, dass der Staatshaushalt weniger belastet wird, weil weniger aus Steuermitteln an Pensionen oder Rentenzuschüssen dann langfristig gezahlt werden müssten. Wären wir im Übrigen schlau gewesen, hätten wir das Gleiche machen können wie Österreich vor einigen Jahren und eine 100-jährige Anleihe mit 0 Prozent Zinsen ausgeben können. Aber sei es drum, wir sind jetzt nun mal ein bisschen in einer anderen Situation. Der einzige Punkt, der höchstens nochmal hochploppen könnte, wäre bei dem gigantischen Volumen natürlich, dass wir uns von den Finanzmärkten holen könnten. Und wenn die Marktbreite dann in diesem Moment nicht da wäre, heißt es, dass wir eventuell diese 1,26 Billionen einfach über mehrere Jahre aufnehmen müssten an sich und es nicht auf einmal sofort auf einen Schlag oder nicht in einem Jahr funktionieren würde. Aber am Ende würde das auch zu keinen gravierend anderen Ergebnissen unterm Strich führen. Kommen wir jetzt eher zu der interessanten Frage, wie man diese schuldenfinanzierte Investition tätigen kann und welche Rendite auch entsprechend daraus entspringen könnte für diesen Staat aus Gesamtsicht, beziehungsweise das ist ja nicht dem Staat dann am Ende, sondern jeder einzelnen Person in Deutschland. Das Erste, was wir uns anschauen müssten, ist, dass der Staatshaushalt durch diese Neuverschuldung definitiv nicht belastet werden soll. Und wenn wir aktuell ein Kupon daher Zinsen von etwa 2 Prozent zahlen müssten, müsste man dann entweder zum einen die Steuern erhöhen oder irgendwie die Abgaben über die Rentenversicherung erhöhen oder man hat eine andere Möglichkeit und gibt einfach eine abdiskontierte 30-jährige Anleihe aus. Das heißt, man nimmt zwar 1,26 Billionen Euro als Schulden auf, sozusagen mit einer 30-jährigen Anleihe, zahlt über den gesamten Zeitraum aber überhaupt gar keine Zinsen, sondern zahlt den vollen Betrag, also diese 1,26 Billionen, mit einem Schlag am Ende der Laufzeit zurück. Damit würde man zunächst einmal in der aktuellen Phase 696 Milliarden Euro einnehmen, überhaupt keine Zinsen zahlen und erst nach 30 Jahren dann alles zurückzahlen, müssen aber dann, wie gesagt, entsprechend 1,26 Billionen. Das heißt, die Finanzierung würde dann den Staatshaushalt zunächst einmal gar nicht belasten, man hätte aber zusätzliches Investitionsvolumen, mit dem man künftige Rentner entlasten könnte. Künftige Rentner jetzt in dem Fall, weil das Kapital ja zunächst an der Börse investiert werden muss und Renditen erst generiert werden müssen und für die aktuellen Rentner hätte es auch keinen Nachteil, weil sie ja an sich dadurch nicht weniger erhalten und auch der Staatshaushalt nicht irgendwie belastet wird. Der Sinn liegt eher darin, dass die künftige Generation, also erst die Personen, die erst in den nächsten Jahrzehnten, die in Rente gehen, überhaupt selbst für sich eine Rente beziehen können, denn wir wissen ja ganz genau, dass wir in dieser umlagefinanzierten Rente aktuell ein großes, großes Problem haben, dass eben zukünftig immer weniger Beitragszahler und immer weniger Angestellte im Endeffekt dann die Rente finanzieren müssen von den künftigen Rentnern oder von den Rentnern, die jetzt oder in den nächsten Jahren in Rente gehen. Das heißt, wir müssen unser System erstmal auf die Reihe bekommen, dass vor allem erst die nächsten Generationen, also die, die wirklich erst in einigen Jahrzehnten in Rente gehen, dass sie überhaupt eine Rente sehen und überhaupt an sich mit einer Rente rechnen können. Schauen wir uns jetzt die langfristigen Rendite an den globalen Aktienmärkten an, dann liegen diese irgendwo bei 8%, so ganz grob über viele, viele Jahre und Jahrzehnte mal im Durchschnitt gerechnet. Aber sagen wir einfach mal, die Börsen laufen schlechter als in der Vergangenheit und es gibt irgendwie nur eine 5%ige Rendite pro Jahr weltweit. Nun, nach 30 Jahren hätten wir dann aus 696 Milliarden Euro 3 Billionen Euro gemacht. Wir könnten dann auf einen Schlag diese fälligen 1,26 Billionen zurückzahlen und hätten tatsächlich immer noch zusätzlich 1,74 Billionen Dollar in der Aktienrente zur Verfügung. Bezogen auf den gesamten Staat und den Haushalt hätte so ein Vorgehen an sich also keine Nachteile, was auch einfach daran liegt, dass die Renditen an den Aktienmärkten in der Regel und über die letzten Jahrzehnte und auch die letzten 200 Jahre immer höher waren als die aktuellen Renditen, die wir bei den Staatsanleihen sehen. Wenn wir wirklich eine mutige Reform unserer Renten anstreben und die kapitalgedeckte Rente zu einem genauso großen Fuß aufstellen möchten wie unsere umlagefinanzierte Rente, dann könnten wir tatsächlich auch für die Generation, die erst in 20, 30, 40 Jahren in Rente gehen, eine sichere Rente aufbauen und zugleich den Staatshaushalt langfristig entlasten, weil dann eben viele Rentner, die vielleicht erst in einigen Jahrzehnten in die Grundsicherung fallen würden, weil sie eben nicht genug verdient haben über ihr Arbeitsleben, dann ebenfalls ein zusätzlicher Baustein besteht, um diese dann mit dieser Aktienrente auch zu finanzieren. Wenn es wirklich dem Staat gelingt, sich zu verschulden in diesem Sinne, aber gleichzeitig aus diesen Schulden dann gewissen Personen oder allen Personen dann in Deutschland so einen Grundstock zur Verfügung zu stellen. Der wissenschaftliche Beirat hat auch errechnet, dass man mit etwa 18% mehr Rente rechnen könnte und je mutiger wir das Ganze angehen und je später man selbst in Rente geht, desto größer wäre der Effekt. Also für deine Kinder oder vielleicht für deine künftigen Kinder, die vielleicht auch erst geboren werden, hätte dieser Effekt nochmal eine deutlich größere Bedeutung. Aber leider habe ich Bedenken, dass es überhaupt zu irgendeiner Reform kommt. Leider fehlt in Deutschland oftmals wirklich grundlegende Bildung, wenn es um das Thema Finanzen und Wirtschaft geht. Und das schließt auch unsere Spitzenpolitiker leider nicht im geringsten aus. Richtig gestaltet könnte die Aktienrente tatsächlich ein neues Versprechen an die künftige Generation geben, dass die Renten eben doch sicher sind. Leider habe ich persönlich eben wenig Vertrauen in die Kompetenz unserer Politiker, das Thema anzupacken. Zusätzlich fehlt aber auch einem Großteil der deutschen Bürger Grundlagenwissen bei genau diesem Thema. Weswegen man ganz leicht mit schlechten Beispielen und ideologischen Grundsätzen das Thema vergiften kann. Fakt bleibt aber, dass der Kapitalmarkt die letzten 200 Jahre mehr Rendite abgeworfen hätte und hat, als das, was wir jetzt über unser umlagefinanziertes System generieren können. Mich würde es freuen, wenn die Kinder, die morgen oder übermorgen geboren werden, 10.000 Euro auf ein Aktienrentenkonto eingezahlt bekommen würden und nach 70 Jahren und nach Abzug der Inflation als Millionäre in Rente gehen könnten. Egal ob diese begabt oder unbegabt geboren wurden, egal ob aus einem reichen oder armen Elternhaus, egal wie benachteiligt oder privilegiert das Kind geboren wäre, mit 70 Jahren könnte dieser Mensch Millionär sein. Und tatsächlich sind das keine utopischen Rechnungen. 10.000 Euro für jedes neugeborene Kind als Startkapital wäre auf jeden Fall drin, wenn wir unser Rentensystem reformieren würden. Und wenn man 70 Jahre lang das Geld anlegt, kommen einfach nun mal durch diesen Zins- und Renditeeffekt genau solche enormen Summen heraus. Das wäre dann tatsächlich mal eine echte soziale Reform. Aber vermutlich würde man dann auch eine Neiddebatte anstoßen, weil irgendjemand anders 2 Millionen hat, weil er ja parallel noch irgendwie selbst etwas angespart hat und jemand anders, naja, der hätte ja dann nur, nur eine Million Euro in der staatlichen Aktienrente. Mich interessiert jetzt nur eins, was hältst du von der Aktienrente und wie würdest du es finden, wenn wir uns hierfür verschulden würden? Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. Aboah. 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 Aboah.